Ich möchte euch herzlich begrüssen hier auf Kohlweit am B&B Bauernhof Bisang und wir sind da mit Weitsicht über den Sembacher See. Das ist einfach meine Lieblingsfrucht auf dem Betrieb. Ich habe auch sehr gerne Kirschen und Äpfel, aber die Zwetschke ist meine Lieblingsfrucht. Der Staat hat Subventionen gegeben, 20 Prozent, damals, im Jahr 2000, vor 18 Jahren. Und für erneuerbare Energie. Und jetzt gibt es ja für die Panels, gibt es ja jetzt. Und damals, ich habe das Bezahl, mit dem 20 Prozent Schluss das Eigenkapital, das war für mich in fünf Jahren bezahlt. Kannst du die isolieren? Ja, das ist gut. Das ist geil. Und der geht noch eine Meter in den Boden. Ein Liter. Okay. Und dann kommt jetzt das Wasser, kommt. Und hier kannst du es an. Okay. Jetzt ist ja kein Stau. Der Feiler ist ... Nein, der Feiler ist integriert. Ah, integriert. Okay, okay. Du siehst, jetzt ist nicht ganz heftig. Ah, okay, ja. Genau. Und so. Ja. Okay. Und hier ist das Flugzeug für eine Stauberfläche auf der Stauberfläche, mit dem Wasser Ich hoffe, es hat euch gefallen.